Automation ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken, ob im heimischen Garten oder als vollautomatisches Beladesystem für Ihre Fertigungszelle. Es stellt sicher, dass uns lästige Arbeiten in bestmöglicher Qualität abgenommen werden. Mit den Experten des Center of Excellence für Automation hat grob für Sie genau hierzu eine adäquate Anlaufstelle geschaffen. Wir beschränken uns hierbei nicht nur auf unsere Grobmaschinen. Auch ihren Bestandsmaschinen können wir mehr Produktivität zusichern. Wir kennen und verstehen die Probleme und Anforderungen unserer Kunden. Und haben mit unseren Lösungen weltweit schon viele Kunden begeistern können. Beratung heißt für uns bei grob Betreuung von der Idee bis zum Abschluss des Projektes und natürlich weit über die Gewährleistung hinaus. Wissen Sie schon genau, welche Art der Automation Ihre Produktion auf das nächste Level bringt? Durch eine softwarebasierte Analyse sind wir in der Lage, Ihren individuellen Bedarf an Automation passend zu Ihrem Fertigungskonzept zu ermitteln. Und bringen Ihr individuelles Layout auf den Tisch. Aus unserem fast endlosen Standardbaukasten können wir kostenoptimiert Ihre individuelle Lösung zusammenstellen. Genauso individuell wie Ihre Anforderung ist unser Portfolio aufgebaut. Ob als Standalone-Lösung mit hoher Palettenlaufzeit, Rund- oder Linearspeicher, als vollflexible Roboterzelle mit Paletten- und Werkstückhandling bis hin zur vollautomatischen Lösung für kürzeste Taktzeiten, bei denen Ihnen sogar die Werkzeugverwaltung durch die grob eigene Leitsoftware abgenommen wird, erhalten Sie bei uns alles aus einer Hand. Beladen Sie noch von Hand oder automatisieren Sie schon und haben Zeit für die wirklich wichtigen Dinge. Oder eine Tasse Kaffee. Untertitelung des ZDF für funk, 2017